Assalamu alaikum liebe Freunde, hier ist Amor Benhamida in Zürich. Ich möchte euch heute aufmerksam machen auf meinen neuen Videokanal, der heißt Benhamida Trainings, BHT. Und darin möchte ich euch in Zukunft jeweils 5-minütige Videos anbieten, zum Beispiel zum Thema Deutsch, Französisch und Arabisch, Sprachen, die ich unterrichte, online wie offline. Dann zum zweiten Thema, Islam, arabische Kultur, arabische Geschichte, Migration, Integration, aktuelle Situationen. Da mache ich ja, wie ihr vielleicht wisst, Referate, Online-Referate dazu und Lesungen. Und hier mache ich euch vielleicht mit jeweils 5 Minuten auf ein spezielles Thema aufmerksam, beziehungsweise erkläre irgendeine Frage, die ihr mir auch selbstverständlich per Mail schicken könnt. Und als drittes, wie ihr vielleicht ebenfalls wisst, bin ich ja Autor von mehreren Büchern, etwa 10 Büchern, rund um die Migration und Integration von Nordafrika und der arabischen Welt. Und da mache ich euch erst einmal aufmerksam auf die kommenden Lesungen. Und zweitens nehme ich jeweils ein Thema, zum Beispiel aus mit arabischen Grüßen und bespreche es gerade in diesen 5 Minuten. Also, wenn jemand Interesse hat, kann sich gerade abonnieren und einfach oder mich abonnieren mit einem Klick und ihr seid dabei. Ich wünsche euch ganz gute Zeit. Amorbenheim, wieder in Zürich.